Heute eine ganz normale Volksdurchsicht im 14-Tages-Rhythmus am Bienenstand Aue-Süd. Das wird übrigens diesmal ein stilles Video. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. 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 Ja. 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 So, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Abonnieren gerne drücken, das unterstützt uns. Und ansonsten einen schönen Tag noch. Ciao.